Hallo, weißt du, was auch gut schmeckt? Ein Smoothie, ganz dick, zur Nacht. Naja, so spät muss es nun auch wieder nicht sein. Aber wenn man ein Glas davon hat, dann kann man es leveln. Da drin sind Karotten, Gurke, Tomaten, ein bisschen Sellerie, Salat. Und Rauke, Petersilie, naja, so was so da ist. Kann man da alles reintun und dann levelt man das aus und ist echt satt. Es schmeckt gut. Und wenn es draußen relativ warm ist, dann ist es beinahe wie eine Gemüsesuppe. Man kann das ja auch fruchtig machen. Habe ich auch schon getan. Ist toll. Da kann man auch Blattgemüse zusammen mischen mit Karotten und auf einmal kann man noch Apfel nehmen, Birne oder ein paar Beeren. Morgen mixe ich mehr Ananas mit rein. Ja, nicht, dass ich noch zu gesund werde, was? Ja, aber weißt du, Sonnacht, so ein bisschen Besinnlichkeit, Kerzenschimmer und so, Wasser, Tee, alles dabei. Und nachher lese ich noch was. Sie ist nur für mein Videotagebuch. Sie ist nur für mich. Untertitelung des ZDF, 2020